Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Crypto & More. Heute fangen wir richtig an, nachdem in der ersten Folge es rein um Vorstellungen ging, schon mal so euch einen kleinen Einblick darum zu geben. Denn heute wird es darum gehen, hat Herkunft und Familienstatus Einfluss auf dein Mindset und Reichtum? Großes Thema, kann man viel darüber quatschen, aber die wichtigste Frage, erst einmal an euch beide da draußen, geht es euch gut? Ja klar, also mir geht es gut. Soweit immer. Das klingt schon mal gut. Wir haben uns ja vorherweg oder ich auch viel Gedanken gemacht, welche Themen wir vor allem behandeln wollen. Und ich fand halt, sowas mit Herkunft oder so Familienstatus, fand ich eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt da draußen. Weil, ich meine, wir haben, ich will jetzt nicht so auf herkunftmäßig, sondern eher so auf den Familienstatus im Endeffekt eingehen. Es gibt, klar, wir haben diese Cluster arm und reich, es gibt die Familien, es gibt leichte Familienverhältnisse, es gibt schwere Familienverhältnisse. Du bist geschieden, also Einzelkind, geschiedene Eltern und sowas. Und sowas soll es im Endeffekt auch darum heute gehen, ob sowas im Endeffekt auch Einfluss auf dein Leben hat. So auf Erfolg, auf Reichtum, auf Mindset und sowas. Kann sowas Einfluss haben? So mal vorneweg, denkt ihr ja oder nein? Oder hat jeder sein Leben selbst in der Hand? Kurz und knapp, ja. Also definitiv, ja. Das hat natürlich Einfluss. Ich kann vielleicht mal ein bisschen anfangen, was zu erzählen aus meiner Erfahrung, die ich dazu gemacht habe. Also erstmal muss ich dazu vorweg sagen, ich komme aus einer sehr, sehr einfachen Arbeiterfamilie. Meine Eltern waren beide arm. Beide, also mein Vater, die Eltern von meinem Vater, die sind betteln gegangen nach dem Krieg, um die Kinder ernähren zu können. Also wirklich, die hatten nichts. Die waren bitter, bitter arm. Und meine Eltern haben sich beide einfach echt durch viel Fleiß und viel Arbeit, haben die sich hochgearbeitet. Und mein Vater wollte immer seinen Kindern ermöglichen, dass die es mal besser haben. Und mein Vater hat immer gesagt, ey, geht studieren, macht was mit eurem Leben. Das war das Wichtigste für meinen Vater, dass wir was aus unserem Leben machen. Und dass wir die Chancen, die er uns geben kann, die er selber nicht bekommen hat von seinen Eltern, dass wir die nutzen. Und das kenne ich zum Beispiel auch ganz anders. Von anderen Leuten, die sagen, oh, studieren brauchst du nicht, Ausbildung reicht. Also sogar aus meiner Familie, wo ich dachte, wow, krass, ey, der fand das nicht so cool, dass seine Jungs studieren gehen wollten. Und jetzt, die haben es trotzdem gemacht, aber anderes Thema. Und während meines Studiums habe ich auch Leute kennengelernt, die es noch schwerer hatten als ich. Also die kamen aus Afrika. Und die sind teilweise nachts, haben die Nachtschichten geschoben, sind arbeiten gegangen und waren tagsüber in den Vorlesungen. Und ich habe immer gedacht, ey, wie macht ihr das? Wie schafft ihr das? Und die haben gesagt, das ist ganz einfach. Wenn du weißt, wo du herkommst, wenn du aus der puren Armut kommst und dieser Erfolgsdruck so hart auf dir lastet, dass du sagst, ich muss das jetzt schaffen, und ansonsten gehe ich zurück in diese Armut, dann weißt du, wofür du es tust. Dann hast du eine ganz andere Motivation dahinter. Und deswegen bin ich der Meinung, so Leute, die wirklich wissen, woher sie kommen, also die wirklich von ganz unten kommen und die wissen, jetzt heißt es hopp oder top, friss oder stirb sozusagen, die gehen anders ran, die sind anders motiviert, die haben wesentlich mehr Ausdauer, die haben mehr Power und die haben eine Power gehabt im Studium, wo ich gedacht habe, das hätte ich selber persönlich nicht geschafft. Also wäre mir zu krass gewesen, was die teilweise da gerissen haben. Auch nicht alle, aber einige von denen. Also das ist jetzt mal so von mir meine fünf Cent zu dem Thema. Krass. Ich würde dazu so mal ein bisschen auf psychologischer Ebene, sage ich mal, so ein bisschen anfangen. Einfach was Herkunft, Elternhaus und so mit der persönlichen Entwicklung zu tun hat. In der Psychologie betrachtet man das so, wenn man auf die Welt kommt, ist man quasi faktisch gesehen ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier. Und in dem Moment, wo man anfängt, Dinge wahrzunehmen, zu registrieren, zu verarbeiten, fängt man an, dieses Blatt vollzuschreiben, Step by Step. Und dementsprechend fängt an, sich ja auch dein Charakter zu bilden. Dein Charakter fängt sich an zu entwickeln. Man nimmt Dinge von anderen Menschen auf, die man für gut heißt. Man lehnt andere Dinge ab, die andere Menschen einem vorleben. Die man nicht so gut findet. Und sagt, nee, davon halte ich mich lieber fern. Und dann fängt man an, Step by Step so ein bisschen seinen Weg zu finden. Und so das Wichtigste dahinter ist einfach, dass man ständig so einen gewissen Progress hat, sage ich mal. Dazu fällt mir auch so der Satz ein, wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird genommen. Am Ende des Tages. Da gab es, ich weiß gar nicht, ob das sogar in der Bibel stand, aber da gab es auch mal eine coole Geschichte am Ende des Tages zu. Ein Königsherr hat drei seiner Bauern jeweils 10.000 Dollar gegeben. Und gesagt, verwalte die für mich. Der eine hat daraus 50.000 Dollar gemacht und hat sie ihm wiedergegeben, als er wiederkam und gesagt hat, ey Leute, was habt ihr damit gemacht? Der war nämlich auf Reisen, hat gesagt, was hat er damit gemacht? Der eine hat ihm 50.000 Dollar zurückgegeben und hat gesagt, so guck mal hier, das habe ich damit gemacht. Er hat damit gewirtschaftet, er hat damit gewachsen, er ist gewachsen und so weiter und so fort. Als Dank hat er ihm ein ganzes Dorf geschenkt zur Verwaltung. Ne, gar nicht wahr, sogar zwei Dörfer, ansonsten macht die Geschichte keinen Sinn. Der zweite hat ihm zurückgegeben nur 20.000 Dollar und er hat gesagt, ey super, finde ich schön, was du daraus gemacht hast und hat ihm ein Dorf gegeben zur Verwaltung, weil er gesehen hat, okay, er arbeitet an sich, er fängt an zu wachsen, er hatte einen Progress, der kommt. Der dritte hingegen hat ihm die 10.000 Dollar einfach zurückgegeben und hat gesagt, ja, was soll ich denn damit? Dem wurden die 10.000 Dollar wieder abgenommen und er hat einfach am Ende Von daher am Ende des Tages ist es wichtig, dass man einfach einen wunderbaren, schönen Progress hat und versucht, sich stetig weiterzuentwickeln. Das ist das ganze Wichtige dahinter und deswegen glaube ich, am Ende des Tages hat jeder die Möglichkeit, erfolgreich zu werden, reich zu werden, denn reich hat am Ende des Tages aus meiner Sicht auch niemals irgendwas mit Geld zu tun. Es hat irgendwas mit dir in deinem Kopf zu tun, wie du denkst, wie du dich entwickelst, wie du dich weiterentwickeln möchtest. Wo möchtest du hin, musst du dir immer die Frage stellen. Was möchtest du in deinem Erleben reich erreichen und wofür? Wofür tust du das Ganze? Wenn du keinen Sinn dahinter siehst, irgendwas und das Leben einfach als Station wahrnimmst und nicht als Progress quasi, dann verlierst du. Dann bleibst du stehen. Dann bleibst du, sage ich mal, in dieser Arbeiterschicht, ohne das jetzt abwertende Arbeiterschicht gegenüber zu meinen. Aber dann bleibst du an einem gewissen Punkt irgendwo stehen und dann sagt man, ey, ich gehe jeden Tag zu meiner Pizzeria, hol mir da meine Pizza und dann heißt es irgendwann, ach, haben wir doch schon bald wieder Weihnachten. Und dann kommt man am Ende des Tages nicht voran. Und ganz kurz auch so ein bisschen zu meiner History, zu meiner Jugendgeschichte so. Meine Jugend und Kindheit ist nie wirklich relativ einfach gewesen. Ich hatte viele Probleme, viele Schwierigkeiten. Meine Eltern haben sich getrennt, psychologische Vorfälle, Krankheiten, keine guten Vorbilder, jahrelang nur von Fertiggerichten ernährt, aufgrund dessen da keiner Zeit hatte für Essen kochen, wofür ich langsam Verständnis habe, warum das keiner gemacht hat und ich da niemandem auch irgendeinen Vorwurf für machen möchte. Aber so Dinge prägen halt zum Beispiel und ich merke dann zum Beispiel bei mir, ich tue mich heutzutage schwer, damit mir selber Essen zu kochen. Wenn ich mir nicht selber irgendwie Fertiggerichte mache oder so, dann fühle ich mich aufgeschmissen, um das mal kurz zu sagen. Aber am Ende des Tages hat dein Umfeld Einfluss darauf, wie du dich entwickelst. Aber es kommt auch ganz, ganz viel drauf an, was du aus deinem Umfeld am Ende des Tages machst. Nimmst du nichts aus deinem Umfeld mit, sowohl Gutes als auch Schlechtes, entwickelst du dich ja in keine Richtung. Nimmst du Dinge mit, entwickelst du dich zum Positiven oder zum Negativen. Diese Entscheidung treffen wir am Ende des Tages für uns selber. Und mir fallen dazu noch zwei, drei wichtige Dinge ein. Ich glaube, die Menschen, die hart dran sind, die einen schweren, schweren Weg vor sich haben, die haben es mit am einfachsten weit zu kommen, weil sie wissen, wie sie mit Rückschlägen umgehen, weil sie wissen, das Leben ist hart, ich weiß, wofür ich es tue, ich weiß, wofür ich mich entwickle. Die Menschen, die reich geboren werden, die nehmen das sehr als selbstverständlich hin und gehen damit viele, ich möchte nicht alle über einen Kampscheren an der Stelle, gehen damit Larifari um. Das ist genau das, was ich gemeint habe vorhin auch. Also die Leute, die wirklich einen richtig, einen richtig harten Start hatten und die dann diese Möglichkeit bekommen haben, in Europa zu studieren, die hatten eine Energie dahinter, das war unglaublich. Also die hatten einen Dampf und wussten auch, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, um sich zu entwickeln, das war krass, ja. Und die aus der gehobenen Mittelschicht, also sage ich mal, deren Eltern, sage ich mal, zusammen 10.000, 12.000 Euro im Monat verdienen, ich glaube, das sind die Menschen, die es am schwersten haben, die, sage ich mal, so ein schönes, safes Umfeld haben, die in einer schönen Familie aufwachsen, wo die Eltern die immer schön fördern, und ich glaube, die haben es am Ende des Tages am schwersten, sich weiter zu entdecken. Das würde ich nur nicht sagen, dass die es am schwersten haben, also. Naja, ich glaube, das ist eher so drauf bezogen, Thema selbstständig, so eigene Entscheidungen treffen, versuchen irgendwie, noch ein bisschen mehr, so aus seinem eigenen Leben zu machen. Wenn ich jetzt uns so raushöre, sage ich jetzt einfach mal, um jetzt mal so ein bisschen auf meine Story rüberzukommen, einfach, ich, bei mir Eltern geschieden, wo ich, ich glaube, zwei oder drei war auf jeden Fall, ist erst mal jetzt nicht so dramatisch, ne. Schlimmer ist dann so, sage ich einfach mal, wenn du geschiedene Eltern oder so hast, zumindest war es bei mir so, dass du dann versuchst, sich so einem Elternteil vielleicht ein bisschen mehr zuzuteilen. War grundsätzlich so, die erste Hälfte meines Lebens so eher mütterlicherseits, danach eher so eine Phase mit, okay, du hast wieder Kontakt zu deinem Vater, versuchst dich dann eher wieder so ein bisschen zu ihm, sag ich mal, zu gesellen, ne. Vielleicht liegt das auch daran, okay, Jungs gehen eher vielleicht dann nochmal zum Vater so ein bisschen älter. Auf jeden Fall ist es dann auch so gewesen, viel abgeguckt, dann auch irgendwie schon ein bisschen zu falschen Weg, auch menschlich so ein bisschen eingeschlagen von meinerseits. Schulden gehabt, ich glaube, die Story kennt, kennen viele aus der Community oder sowas. zumindest habe ich immer gesagt, okay, ich habe nur noch 500 Euro gehabt, um dann damals Bitcoin zu kaufen. War ein bisschen dramatischer, ich hatte dann doch schon ein bisschen auch Kreditkartenschulden und sowas gehabt, um jetzt mal so ein bisschen persönlicher. Grüße gehen raus an die Mutti, das wusstest du bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Auf jeden Fall, ja, ihr lacht. Ne, ich habe das keinem erzählt im Endeffekt. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wenn er dir dann teilweise vorgelebt wird, das ist nicht so schlimm, weil, ja, dann kannst du von mir aus Privatinsolvenz machen oder sowas. Es gibt so Punkte, dann denkst du so, ja, okay, ist halt nicht so schlimm, dann hast du halt Schulden und sowas. Aber, das ist dann so ein bisschen dieser negative Part. Aber da muss ich dann wieder René ein bisschen zustimmen, jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Nur du brauchst auch diesen Denkanstoß einfach da draußen, dass du nicht einfach, dass du auf diesem falschen Weg bleibst. Irgendjemand muss dir dann auch sagen, okay, irgendwas läuft dann auch bei dir falsch. So war es dann bei mir auch. Gab dann, genug dir, dann gesagt, ey, funktioniert nicht so, Geld kommt, weißt du, du machst Ausbildung oder machst Nebenjob. Dann gehst du rein, oh cool, ich habe jetzt hier 500 Euro auf meinem Konto, geil, ein neues Handy kaufen. Dann bitte du im Endeffekt dein Konsumleben. So war es bei mir. Geld kam rein, Geld kam raus, obwohl es einerseits von dem Einfamilienteil nicht vorgelebt wurde, aber von dem anderen Teil, wo du dich dann zu einer gewissen Phase hingezogen hast, weil du es nur so gekannt hast und weil es nicht so negativ im Endeffekt für dich so rüberkam. Aber irgendwann musst du dann halt auch mal selber so für dich den Step, ist es so gut für dein Leben, für was stellst du dir vor? Und da finde ich dann auch wieder, okay, es hat Auswirkungen, wie auch der Familienstatus ist, wie, in welche Richtung entwickelst du dich? Zu wem hast du ein bisschen mehr Draht zu einer gewissen Phase oder genau in so einer, ich sage jetzt mal, die ersten 10, 12 Jahre deines Lebens machst du dir da nicht so viele Gedanken, weil du einfach nicht zum Beispiel Geld oder sowas hast. Das kommt dann erst zu später, Pubertät und sowas, dann guckst du, an wen orientierst du dich jetzt so ein bisschen. Und da finde ich dann, wie gesagt, hat es schon Auswirkungen, auch wie so ein bisschen der Familienstatus ist, aber um das jetzt ein bisschen abzukürzen, jeder hat es im Endeffekt schon ein bisschen selber in der Hand einfach, so wie es René halt im Endeffekt sagt, es muss nur Klick machen und du musst es halt auch wollen. Das ist eben so dieser Punkt einfach, dass du es machen willst, wenn du, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht aus reichen Verhältnissen gekommen. Ich war im Endeffekt, ich sage jetzt mal, Mittelschicht kann man dazu sagen, ich habe jetzt keinen Arsch voll Geld gehabt und sowas, man musste aufs Geld achten und sowas, aber du schätzt natürlich auch das, was du hast. Also du musst jetzt auch nicht, wie es auch René gesagt hat, du musst nicht reich sein. Für jeden ist Reichtum was anderes. Das ist natürlich alles hier oben auch Kopfsache, was Reichtum für jemanden ist und sowas. Wenn du glücklich mit deinem Leben bist, ja, nur sollte es halt in die richtigen Bahnen lenken und nicht zum Beispiel, dass du sagst, ja okay, Schulden sind für dich normal. So funktioniert dein Leben nicht. Schulden sind auf keinen Fall normal da draußen für jeden. Es sollte niemals versucht, dass du immer ein Plus bist, Rücklagen hast und sowas, das ist eigentlich so das Wichtigste, aber diese Erkenntnis kam halt auch erst ein bisschen später. Wenn du dann merkst, okay, scheiße, Urlaub steht an, wie soll ich das jetzt bezahlen als Beispiel oder die Rechnung musst du bezahlen und sowas, dann merkst du dann, okay, es funktioniert einfach nicht so. Du musst Wohnung bezahlen, etc., pp., essen und sowas und da macht es dann Klick und solche Punkte, die wird, glaube ich, jeder mal oder muss auch jeder mal irgendwie vielleicht sogar erfahren und da finde ich, okay, Leute, die vielleicht nicht so viel Kohle haben, denen geht es, klar, ein bisschen schwerer, aber ich glaube, die sind mental dann teilweise deutlich, deutlich stärker als viele, die aus einem, sag ich mal, normalen oder ich sag jetzt mal gehobenen Haushalt kommen oder reichen Haushalt, die haben denen einiges, was hervor, weil sie einfach scheiße gefressen haben, sag ich jetzt einfach mal so, und das macht dann auch was, sag ich mal, das ganze Leben was mit dir. Du hast viel, viel mehr Erfahrungen, du tust dir einfach leichter auch bei Entscheidungen und sowas, weil du weißt, okay, du kommst von da und willst aber da hin und du hast jetzt schon so und so viel erreicht und so. Da finde ich, okay, es kann positive Auswirkungen für dich haben, wie Benji es auch gesagt hat, dass du, sag ich jetzt einfach mal so, Dreck gefressen hast, aus der Scheiße kommst, sorry für meine Ausdrucksweise gerade, aber du kannst auch aus solchen Chancen im Endeffekt was machen. Ja. Man sieht zum Beispiel, aber auch, entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche, aber jetzt nochmal was ganz Interessantes zu diesen Menschen aus armen Verhältnissen. Die haben stellenweise eine ganz, ganz, ganz andere Mentalität. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant. In meinem Urlaub bin ich mit meiner Frau mal drei Wochen in Thailand gewesen und diese Menschen da unten sind so glücklich, da gibt es keine deutsche nörgelnde Kartoffel an der Stelle, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Die sind glücklich, die sind freundlich, die haben immer ein Lächeln im Gesicht, die sind zufrieden mit ihrem Leben. Das ist einfach absolut gigantisch und am Ende des Tages, finde ich, muss sich auch niemand für Schulden an der Stelle schämen, möchte ich an der Stelle auch jetzt auch mal ganz kurz dazu sagen, denn wir haben eben so ein bisschen gelacht darüber bei dir. Bei dir sind es Kreditkartenschulden gewesen, bei mir sind es Unischulden und stellenweise so, so what? Das gehört, denke ich, im Leben dazu. Das ist so ein bisschen auch das Spiel des Geldes aus der Mittelschicht nach ganz unten, nach ganz oben hoch gegebenenfalls, je nachdem, wo man am Ende des Tages hin möchte. An der Stelle bin ich auch mal so offen und ehrlich und sage, ich habe auch noch eine Arschvoll-Studien-Schulden, die ich noch abbezahlen muss. Das gehört dazu, aber ich denke mir auch, was soll ich jetzt am Ende des Tages machen? An manchen Tagen bricht es mich, an manchen Tagen denke ich mir, einfach weitermachen, tu was dir gut tut, geh dein Progress und am Ende des Tages kommt alles von selbst. Wenn ich dazu auch noch mal ganz kurz, ich habe mich jetzt noch mal relativ lange zurückgehalten, wo ich gerne einfach noch mal ganz gerne einhaken wollte, war an der Stelle, wo es hieß, jeder hat es selbst in der Hand. Natürlich hat man oder haben die meisten einen Großteil ihres Lebens selbst in der Hand, aber man sollte dabei nicht vergessen, dass es halt eben unterschiedliche Startbedingungen gibt, haben wir ja schon festgestellt und definitiv gibt es unterschiedliche Startbedingungen und es gibt auch innerhalb dieses Weges verschiedene Schicksalsschläge. Es gibt, du kannst unverschuldet krank werden, du kannst unverschuldet in einen krassen Unfall geraten, wo irgendein Asi dir mit dem Auto reinfährt, wo du querschnittsgelähmt bist und restens. Du hast nicht unbedingt immer alles selbst in der Hand, das sollten wir nicht vergessen an der Stelle finde ich, weil und es gibt halt eben diese unterschiedlichen Startbedingungen und es ist auch nicht einfach, also ich erzähle jetzt natürlich nur von den Leuten, die es dann geschafft haben, aus ihrer Familie nach Europa zu kommen und hier zu studieren und dann, die dann noch regelmäßig Geld immer wieder zurück nach Hause geschickt haben, weil das von denen einfach erwartet wurde, weil Europa, da liegt das Geld auf der Straße, du hast gefälligst jeden Monat Geld nach Hause zurück zu schicken, weil wir sind hier arm. Und du bist ja jetzt reich, weil du bist ja jetzt in Europa. So ist da die Denke oft. Und das sind ja nur, das ist ja nur ein Bruchteil von den Leuten, die eigentlich alle, die wirklich teilweise wirklich in großer, großer Armut leben und da hat es nicht jeder selber in der Hand, nicht unbedingt. Also da kannst du auch arbeiten, wie du willst, da kommst du niemals auf den grünen Zweig. Da interessiert mich die Frage, warum? Warum hat es in diesem Punkt nicht jeder in der Hand? Warum hat nicht jeder die Möglichkeit, aus Afrika nach Europa zu kommen? Warum? Es fängt ja schon mal damit an, dass nicht jeder einfach hier so ein Visum bekommt. Du brauchst ja, wenn du in Afrika auf einem Müllhalde geboren wurdest, wo sie die Kupferteile aus den Motherboard-Platinen rausschmelzen, da hast du vielleicht eine Erlebenserwartung, da wirst du vielleicht 30 oder 35 Jahre alt, danach gehst du an den Dämpfen zugrunde und bis dahin ackerst du, damit du irgendwie überleben kannst. So, wie willst du da denn rauskommen? Du packst deine Sachen und gehst. Ja, das sagst du leicht, da musst du uns auch noch einschalten. René, ich muss dazu sagen, mein Vater hat 15 Jahre in Afrika gelebt, ich war selber 5 Jahre da, das ist nicht so einfach. Also, du kannst natürlich essen als jemand, der in Europa geboren ist, in Europa aufgewachsen wurde, aufgewachsen ist und der halt hier die ganzen Möglichkeiten hat und auch vom Staat die ganzen Benefits, Gesundheitsvorsorge und 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 und, was du zum Beispiel auch schon allein in den USA zum Beispiel alles nicht hast. Also, selbst in den USA hast du es relativ schwierig, wenn du einen Schicksalsschlag hast und sagen wir mal, du hast Krebs oder so, und zahlst, du zahlst dich für den Rest deines Lebens dumm und doselig an Krankenhauskosten, weil das alles einfach da nicht abgedeckt ist zum Beispiel, da fängt es schon an, da müssen wir gar nicht bis nach Afrika gehen, es ist nicht überall gleich und das ist nicht, nicht jeder hat dieselben Chancen. Man muss das, man muss das auch so ein bisschen mit örtlichen Gegebenheiten halt auch natürlich, es geht jetzt nicht so, dass man sagen kann, da muss man wirklich ein bisschen eingrenzen, so sagen, ja, jeder hat die Möglichkeit, nee, es kommt auch wirklich auf örtliche Gegebenheiten und sowas an, da muss man einfach so fair sein, es geht einfach nicht, wie du gerade das Beispiel genannt hast, das sind ganz andere Dinge, aber ich sage es mal bei Persönlichkeit wirklich komplett anders, so wenn du in Amerika groß wirst, hast du am Ende des Tages auch die Möglichkeit, wenn du in Amerika gehst, du halt zur Schule und da lernst du halt auch so ein bisschen mit dem Internet umzugehen und so weiter und so fort, hast du auch die Möglichkeit, nach England auszuwandern, wenn du möchtest und sobald du anderthalb oder zwei Kilometer, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wenn England im Inland drinne bist, dürfen sie dich zum Beispiel nicht mehr ausweisen. Das ist nämlich eine ganz große Geschichte gewesen, mein Dad ist nämlich LKW-Fahrer und da sind so viele Immigranten nach England gekommen, die sich über LKWs und so weiter dahin schmuggeln, eben aus dem Grund, weil wenn du anderthalb, zwei Kilometer im Inland drin bist, dürfen sie dich nicht mehr ausweisen und dann brauchst du am Ende des Tages halt auch kein Wieso mehr. Na gut, das Missen muss man dann natürlich erst mal haben am Ende des Tages, aber zum Beispiel wenn du in Amerika groß hast, was hast du das Wissen zum Beispiel. So ich meine, aus Afrika betrachtet ist das jetzt wieder eine andere Geschichte, aber ich finde am Ende des Tages, wenn es dir irgendwo überhaupt nicht gut geht, pack deine Sache noch, geh. Das habe ich ein paar Mal in meinem Leben gemacht und getan und ich finde, das ist immer noch die beste Option, die man am Ende des Tages gehen kann. Wenn du die Möglichkeit hast, bin ich da auch bei dir. Wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie zu gehen, wo es dir besser geht, wo du auch ein bisschen, sag ich mal, mehr Hoffnung siehst, dann bin ich da auch ehrlich gesagt erst mal bei dir. Nur es muss halt auch wirklich, sag ich mal, passen. Du kannst jetzt auch nicht im Endeffekt sagen, okay, du hast jetzt hier drei, vier Kinder und so, dann haust du einfach ab oder sowas. Du musst ja auch im Endeffekt dann mit Menschen und sowas. Da spielen schon viele Einflussfaktoren mit, aber grundsätzlich... Und es ist mit einem großen Risiko verbunden, diese ganze Überfahrt erst mal zu schaffen. Also dieses ganze Geschmuggel. Du siehst immer wieder die ganzen Leichen angespült, wie die angespült werden hier an den Küsten, die es nicht schaffen. Es gibt so viele Geschichten, die ich jetzt nicht hier unbedingt... Ja, klar. Ich will jetzt hier nicht dieses Fass aufmachen, weil dann können wir auch noch bis morgen hier diskutieren. Aber ja, sehe ich anders. Belassen wir es dabei. Also sehe ich anders als... Du wirst... Zu sowas wirst du keine richtige Antwort. Du kannst im Endeffekt jetzt nur von dem Standpunkt ausreden, wie wir es im Endeffekt... Wie wir es gehabt haben oder wie wir es im Endeffekt kennen oder halt auch gehört haben im Endeffekt. Genau. Und auch nur die Tipps, sage ich mal, mitgeben da draußen. Das natürlich, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, Familienstatus, etc., Herkunft hat natürlich in dem Sinne Einfluss vielleicht auch auf dein zukünftiges Leben da draußen. aber du hast es zu einem gewissen Teil immer noch selber in der Hand, zumindest in welche Richtung du dich orientierst. Oder in dem Sinne auch, wie du es leben willst, wie du dich damit glücklich fühlst. Natürlich kann es, wie ihr jetzt auch da draußen gehört habt, ich habe Schulden gehabt, René hat immer noch Studien, Schulden. Das ist auch nichts Negatives. Das soll jetzt nicht so rüberkommen, ey, es ist das Schlimmste auf der Welt und sowas. Nur sollte es halt nicht so... Das sind Dinge, an denen wächst man. Richtig. Man wächst auch an solchen Dingern, nur man sollte es halt nicht als Selbstverständlichkeit, sage ich mal, ansehen, dass das so absolutes Normalste, also nicht das komplett Normalste ist, dass du jetzt da draußen Schulden anhäufen sollt oder ohne Ende. Das ist nicht der Sinn davon. Es ist normal, dass es auch mal schwierige Phasen im Leben gibt. Nur ist es wichtig, dass du dich daraus oder mit einem Ziel da auch wieder im Endeffekt rauskämpfen kannst oder rauskämpfen auch willst. Aber an sich hast du grundsätzlich vieles in der Hand. Man kann sagen, vieles in der Hand, nicht alles vielleicht in der Hand, aber vieles, um dich, sage ich mal, so weit zu entwickeln, dass du dein Leben, sage ich mal, gut in richtige Bahnen da draußen lenken kannst. Finde ich, ist jetzt gut zusammengefasst, um so ein bisschen Schlussstrich jetzt mal zu ziehen, oder? Was sagt ihr? Ja, finde ich völlig in Ordnung an der Stelle. Die Debatte habe ich zum Beispiel auch öfters mit einem Sozialpädagogen von mir. Das ist ein Freund von mir. Und da laufen wir auch komplett verschiedene Richtungen. Er sagt immer, nein, du hast am Ende des Tages nicht jedes Mal dieselbe Wahl, weil du unterschiedliche Startvoraussetzungen hast. Der vertritt genau die Seite, die ihr auch vertritt. Und ich bin dazu halt immer der krass kontroverse Teil so ein bisschen. Und dann kriegen wir uns manchmal darüber auch so ein bisschen in die Haare und debattieren darüber stundenlang. Aber am Ende des Tages kannst du auf keinen Nenner kommen. Aber das ist auch gut so. Jeder vertritt am Ende des Tages seine Meinung. Und wichtig ist es, dass man jede Meinung einfach respektiert und akzeptiert. Das ist das Wichtigste daran. So sieht es aus. Finde ich einen guten Schlusswort. Also finde ich ein sehr, sehr gutes Schlusswort auf jeden Fall. In dem Sinne, Leute, Stay Crypto. Ich wollte es auch mal gesagt haben. Mein Standardspruch klaut er jetzt hier zum Schluss. Nee, war eine coole Folge. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch viel mitnehmen. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Und weil Benji das jetzt so schön gemacht hat, würde ich sagen, kriegst du jetzt das Schlusswort mit den letzten zwei schönen Worten. Stay Crypto. Ciao, ciao.